Wir schlagen Zuschauer-Alarm. Ordinäre und vulgäre Szenen überfluten unsere Bildschirme. Diese sinnlose Gewalt und diese extremen Aktionen gefährden die Moral unserer Kinder. Ihnen werden schlechte Vorbilder gezeigt in Gestalt von Hooligans und Kleinkriminellen. Und daher möchte ich Ihnen allen diese eine Frage stellen. Wo bleibt hier die Liebe? Oh ja, ja, Liebe! Wir müssten dem Irrsinn ein Ende setzen. Wegen dieser schrecklichen Sendungen erklärt das Zensurkomitee der Brutalität den Krieg. Jede brutale Szene wird in Zukunft zensiert. Und stattdessen zeigen wir jedes Mal eine Folge von Kuno, der knufflige Kuschelbär. Was guckst du da? Zenil, die Oma-Show. Knickst du ja, Alter. Wir müssen für unsere Kängurus-Skate-Demo trainieren. Schau uns da. Ich glaube, das ist schon ein bisschen interessant für sie. Fahrst du ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen interessant für sie. Los geht's. Die Oma-Show. Die Oma-Show. Die Oma-Show. Die Oma-Show. Das ist schon ein bisschen sinnvoll. Das haben Sie jetzt gesehen, oder? Diese Enter sind extrem gefährlich. Die geben ein ganz schlechtes Beispiel ab für die Kinder. Ich danke Ihnen, Mr. JT Trash. Das Komitee wird sich mit diesen Verbrechern auseinandersetzen. Hey, ihr da! Wenn sich die alte Schachtel erst einmal um die Enter kümmert, dann bin ich der König vom Extremsport im TV. Hey, Flex! Ich sehe eine Oma auf drei Uhr. Ich bin außerordentlich angewidert. Ach, ist doch Latte. Als Präsidentin des Zensurkomitees für audiovisuelle Medien werde ich einige Änderungen an eurer Show durchführen. Das riecht ganz übel nach Ärger. Willkommen bei den brandneuen, ganz extrem netten Enten. Dann mal los, liebe Co-Moderatoren. Wie sollen wir uns in diesen Matratzen überhaupt bewegen? Das sind eure neuen, den Sicherheitsvorschriften gemäßen Uniformen. Jetzt gibt's einen Haufen Spaß. Oh, ihr Dope, endlich! Alter, ich glaube, so eine Chance gibt's nur einmal im Leben, weil es klar geht. Du liebes Bisschen, hoffentlich tragen Sie wenigstens Ihre Schutzanzüge. Die wunderschönen Uniformen! Schande! Wahnsinn! Voll geil! Cool! Jetzt tut's gleich ein bisschen weh! Finde ich cool! Ja, tun Sie was, gnädigste! Die Killis flippen aus! Schluss jetzt! Ich bin's gut! Ihr müsst noch mehr ändern! Was für ein Saustall! Hier muss geputzt werden! Wie wollt ihr denn gute Vorbilder sein, wenn's bei euch so schrecklich aussieht, hä? Dieses Drecksloch muss gründlich desinfiziert werden! So ist's schon viel besser! Bitte recht freundlich, ja? Das Wetter ist schön und ihr freut euch aufs Angeln! Irgendwann muss dieser Albtraum doch ein Ende haben! Ist das nicht herrlich, die X-Sack beim Extremangeln? Ah, wie geht's denn, Mini-Schwachköpfli? Habet ihr einmal eure Quota gesehen? Ist doch ein schöner Anblick, Otter! Na und? Wir sind immer noch über Null! Ja, schon aber nicht mehr lang! Die Ender sind abgesaufen! Lübschen Kahn hast du da! Das darf doch wohl alles nicht wahr sein! Ich hab' den Stecker rausgezogen, bevor Schlimmeres passiert! Aber ich warne euch, seid gefälligst nett! Das ist unwiderruflich, eure letzte Chance beim Fernsehen zu arbeiten! Na los, auf geht's! Tanzt! Tanzt! Das ist doch lustig! Uns reicht's jetzt, du alte Schachtel! Hör mit der Rumpfuscherei an unseren Lieblings-Cathuns auf! Gordon, schäm dich! Wie kannst du es warnen, so mit deiner Mutter zu sprechen? Und ihr seht mich nicht so an! Lass uns doch noch einmal darüber reden! Ach, ich bin einfach zu impulsiv! Ja, bist du wahnsinnig geworden! Das ist doch deine Mutter gewesen, oder? Uhe, kid! Jetzt gibt's erst mal ordentlich Pommes! Zieht euch was Anständiges an, ihr schamloses Volk! Das schreit nach Zensur! Wer ist denn der Regisseur dieses Machtwerks?